Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist die Bestrafung, weil ich letztes Mal nur drei solche kleinen Wasser ausgetrunken habe. Ich werde es aber nochmal machen, weil ich davor schon Wasser getrunken hatte. Ja und meine Bestrafung ist, ich muss Zimt mit Senf, eigentlich Ketchup, aber ich habe kein Ketchup mehr, deswegen, ja, süße Sahne. Okay, dann fange ich mal an. Boah, das kann so grausam werden. Ich habe hier unten extra ein Küchentuch liegen, falls ich das wieder auskotze. Ja, ich muss, und wenn ich das nicht esse, dann muss ich noch mal einen Löffel nehmen. Und das kann echt ekelhaft werden. Hier, das ist ja noch lecker, aber oh, das... Oh, ja, genau. Stimmt. So, und die jetzt sind... Das sieht lecker aus, aber der ist... Das kommt dann noch Zimt drauf. Ach ja, genau. Kein Zimt drauf, komm. Na, lecker, Alter. Und jetzt noch... Och, nee. Senf. Ich darf jetzt hier vormachen. Boah, eh, äh... Okay, dann fange ich mal an. Boah, eh, das ist so ekelhaft. Boah, eh. Hm, hm. Oh, oh. Boah, es ist voll räudig. Boah. Boah. Oh, nee, noch mal machen. Boah, ist das räudig. Oh, das ist ganz scheiß normal. Ey, das... Ist nicht weiter zu empfehlen. Das ist voll räudig. Hier ist ja noch was drauf. Ja. Boah. Uah. Okay, ähm, das war's erstmal für heute. Ähm, ja. Das war's erstmal für heute. Und Donnerstag wird Tara bestimmt wieder dabei sein. Ciao. Ja. Ja. Schlagt. Untertitelung des ZDF, 2020